Ich habe christliche Theologie studiert, als Priester gearbeitet, sondern in meinem erlernten Beruf. Ich war in den Elternhaus und habe schon als Jugendlicher versucht, was meine Aufgabe war, wie ich die Welt zu verstehen habe. Während der Armeezeit bin ich dann zum Christentum gekommen, habe wie gesagt christliche Theologie studiert. Ich war immer noch unruhig und ich habe immer weiter gesucht. Ich habe mich gespürt, dass ich mich noch nicht an das ziehe, das für mich vorherbestimmt war. Im Jahr 2001 bin ich dann durch die bekannten Ereignisse, die ich sehr konkret habe, habe mich näher mit dem Ist. Ich bin zu der Theologie der Glauben, den ich habe. Ich habe dann noch eine Freundschaft, die ich nicht mehr habe, sondern auch die Praxis, also das Leben in der muslimischen Gemeinschaft. Diese in der Al-Nur-Moschee und bin dann im Kreis der Kirche zum Is. Und ich muss sagen, jetzt merke ich auch, nachdem ich ruhig geworden bin und ich die Überzeugung habe, dass ich das Ende meines Suches gekommen bin. Ich muss sagen, was für mich vorherbestimmt war, was für mich der Glaube an Allah, ich muss weiter lernen und mich weiter bilden, das ist klar. Aber mein Herz ist bei Allah, ich kann sagen, ich habe das gefunden, wozu ich bestimmt bin. An Allah, diejenigen, die sich noch nicht mit dem Islam beschäftigt haben oder die durch die Medien ein Bild des Islam vermittelt bekommen, was vollkommen falsch ist, denen möchte ich sagen, beschäftigt euch mit dem Islam und zwar so, wenn ihr euch den Islam kennenlernt, geht in die Moscheen oder auch in die Moscheen oder auch in die Moscheen, die euch, ich denke, die Situation ist wichtig, dass ihr euch ein Urteil bildet. Der verdient, angebetet zu werden, außer allein Allah.